Das kostenlose Studierenden- und Alumni-Netzwerk richtet sich an alle Studierenden und Alumni der Lofana. Durch ihre Registrierung können sie Zusatzfunktionen für ihre Jobsuche nutzen, ihr persönliches Profil für das Absolventenbuch, sowie die anonymisierte Bewerbervermittlung anlegen und freigeben und sich mit anderen Nutzern austauschen und vernetzen. Um das kostenlose Studierenden- und Alumni-Netzwerk nutzen zu können, müssen sie sich zunächst online registrieren. Eine Registrierung ist als Studierender oder Alumni möglich. Im Login-Bereich haben Sie Zugriff auf die Stellenbörse, Jobs und Praktika aktuell des Career Service, in die bereits mehrere hundert Unternehmen ihre Angebote exklusiv für Sie eintragen. Nutzen Sie unsere differenzierten Suchoptionen, um Ihr Wunschangebot zu finden und sich direkt online über potenzielle Arbeitgeber zu informieren. Außerdem stehen Ihnen Zusatzfunktionen zur Verfügung. Wenn das richtige Angebot noch nicht da war, können Sie Ihre Suchanfrage speichern und sich über neue passende Angebote automatisch per E-Mail benachrichtigen lassen. Im Login-Bereich können Sie Ihr persönliches Profil pflegen. Laden Sie ein Profilbild hoch und tragen Sie die einzelnen Stationen Ihres Lebenslaufs ein, von Schule über Berufserfahrungen zu Qualifikationen und Sprachkenntnissen. Wenn Sie mit Foto-Studiengang und dem Thema Ihrer Abschlussarbeit im Absolventenbuch erscheinen möchten, können Sie in den Profileinstellungen die Freigabe dafür erteilen. Sie machen so attraktive Arbeitgeber auf sich aufmerksam und erhalten gleichzeitig mit Ihrem persönlichen Jahrbuchexemplar eine schöne Erinnerung an die Studienzeit. Weiterhin können Sie hier auch die Freigabe für die anonymisierte Bewerbervermittlung des Career Service erteilen. Unternehmen haben dann Zugriff auf Ihr anonymisiertes Profil und Ihren Lebenslauf. Bei Interesse stellt das Unternehmen eine Kontaktanfrage, die Sie annehmen oder ablehnen können. Der Login-Bereich ist gleichzeitig eine Vernetzungs- und Kommunikationsplattform. Hier können Sie Kommilitonen und Bekannte suchen und mit Ihnen in Kontakt treten. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, persönliche Nachrichten zu verschicken oder sich in Gruppen zu vernetzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017